Vielen Dank, David. 13 Grad vorausgesagt wird, dass 16 Grad erreicht werden können. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 90 Prozent. Wir erwarten etwa sieben Liter Wasser. Sonne wird etwa drei Stunden sichtbar sein. Die Schneefallgrenze ist gestiegen auf 2800 Meter. Ich habe den Balaccia in der Zwischenzeit nicht gesehen. Ihr sollte Schnee bekommen haben. Das sind Dreitausender. Und der Wind kommt aus Norden in der Windstärke 2 bis 3, also sehr gering. Ich danke für die Zusammenarbeit und das Coaching und die Suche nach korrekten Antworten. Cyber-Helphesia, Carpi und E-E-F-K-R-R. Das N heißt, wenn du, der Wind kommt von dort, wo der Finger dann kalt ist. Und das ist bei uns in diesem Zeitraum extrem wichtig, weil die Jäger müssen ja immer gegen den Wind gehen. Im Namen des Herkes der Wut und des Halbzornes geht ihm in Ordnung. Back to you, David Lynch. Back to you, David Lynch.